Mockingbird in guter Position, alle Bonnys beisammen. Und das ist der Start mit Mockingbird und Patrick Swish mit einem guten Start. Aber auch Taifuna ist zur Stelle und Maharaja geht direkt in Führung. Maharaja geht in Führung, auf der Verfolgung auch das neue Bonny Moritz, gut unterwegs, mit etwas Startverlust. Haben wir Shaida hinten, die wie gesagt sich das Rennen erst mal anschaut und sich herantasst. Vorne ist es Flamur und Maharaja, Taifuna, Patrick Swish ist zur Stelle. Dann dahinter auch Moritz, sieht gut aus mit Zoe Wisman im Saal. Und die Bonny kommen bereits jetzt hier in den Einlauf. Innen ist es Flamur, an der Innenseite Flamur, dann die beiden in orange, Maharaja und Taifuna. Flamur scheint klar, der geht hier nach Hause. Ganz klar, Flamur und dann Maharaja und Taifuna. Es ist Maharaja vor Taifuna, Patrick Swish. Dann kommt Mockingbird und mit einem guten Schlussspurt auch noch Shaida. Das ist Kettlmann.